Oh, hi, ich bin die Leonie. Moin, Malik mein Name. Wir sind seit 60 Jahren bei Wirtgen. Mahlzeit, ich bin Gunnar, Konstruktionsmechaniker bei Wirtgen. Und bitte. Warum sollte ich bei Wirtgen arbeiten? Weil ich meine Begeisterung für Technik hier ausleben kann. Und weil wir Azubis ein richtig tolles Team sind. Weil ich gerne mit den Besten arbeite. Für mich sind es die umfangreichen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Immerhin ist Wirtgen Teil einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe. Ich würde sagen, bewirb dich, wenn dir Respekt, Kollegialität und Chancengleichheit wichtig sind. Ihr Job bei Wirtgen in drei Warten. Der ideale Start in mein Berufsleben. Abwechslungsreich, spannend, familiär. Herausfordernd, zukunftsweisend, sicher. Fühlt sich nicht wie einer an. Oh, das waren ja sechs Worte. Geht das? Wie ist der Weg zum Traumberuf bei Wirtgen? Ist deine Traumausbildung. Na, bewerben. Bewerben? Bewerben. Alle Infos und freie Stellen finden Sie auf www.wirtgen.de slash karriere. Genau. Das haben wir. Dankeschön. Gerne. Ach. Und was ist mit Ihnen? Jetzt bewerben. Wir freuen uns auf Sie. Das ist geschuldig. Und was ist mit Ihnen? Vielen, das ist mit Ihnen? Wir hören uns auf Sie. Und es ist mit Ihnen? Wir hohen, dass das ein Plan get hearted. Es sind nicht gep装. Bis zum nächsten Mal. Of Sie haben einelıkیes。」 Wir�ülpfe sind sehr nahe. Wir können Sie sich und wirklich omnigere.